Oh, das war scheiße, 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 scheiße. 9 zu 7, nur noch für uns, 3 Minuten 41. Aus, frei! Aus, frei! Aus, frei! Aus, frei! Heben, heben! Auf geht, darf er! Schritte! Ja, Schritte, 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 Schritte. Auf, auf, auf! Also ich sollte vielleicht mal sagen, das war ja gegen Groß, was ist das, Groß Aspach, oder was? Groß Sachsenheim. Groß Sachsenheim. Wir führen 9 zu 7. Werbe Karte für Hannes. Oh! Super, Hannes! Komm, Hannes, auf! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's, Luz, kämpfen! Immer noch 9 zu 7, 2 Minuten 19. Auf geht's! Das ist aber im Wurf eigentlich, mit einem 7-Meter-Gamer, oder? Ja! Ja! Jawoll! Shulie! Und Martin zum 10 zu 7, nach 2 Minuten. Scheiße, 10 zu 8. So, ich schalte jetzt aus, weil ich muss wieder mitrollen. 1,35 noch. Dort lauft nicht frei! Scheißpass, 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 Scheißpass. Super! Der Kadir war ganz allein vorne. Oh, Jungs, bitte. Nicht nervös werden. Ihr führt, ihr gewinnt es. So ist es gut, so ist es gut. Und 56 Sekunden noch. Super, alles Zeit für uns. Marvin am Kreis! 38. Yes! 11 zu 8, das war es. Noch 26 Sekunden. Marvin. Vertroffen. Super! 4, 11 zu 8, 2, 1, aus. Yes!